Ach, Mann, ey. Ja, ja, The Enemy und... The Enemy hat die schicken Schlüpper an, hat Batman-Unterwäsche und so weiter. Das ist alles toll. Danke, Berscha! Oh! ok jetzt ein blink rausgezogen ich habe keine wards mitgenommen ich habe keine wards ich habe keine wards ich habe keine wards Das war's für heute. Ah, ich lass das mal eben. Wir sollen mal wieder ein Stück zu mir kommen. Seid doch nicht so schnell. Das war's für heute. So sieht's aus. Hm, ich wusste, dass Grux hier rumläuft. Ich hab ihn schon gehört. Zum Glück hört man das, ey. Das war's für heute. Lass euch mal Zeit hier. Schön in der Mitte fighten. Dankeschön. Jetzt können wir kurz mal ganz normales Lanen machen. Kein Bock, dass Grux hier auf die Idee kommt. Das war's für heute. Das war's für heute. The enemy tower is under attack. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab' ihn wieder gehört, aber nicht gedacht, dass das gleich so krass wird. Schade, ey. Ach, Mann. Was ist die Mitte trotzdem gut im Griff? Ja, das spielt sich gerade ganz gut. Ich werde relativ wenig gegankt und der Hobitzer ist, glaube ich, auch nicht so ganz auf der Höhe. Also er ist eher defensiv. Das merkt man aber auch, weil er viel mehr pushen könnte. Er benutzt keine Minen, nix, gar nix. Er verschwendet keine Mana. Entweder schlau, weil ich Belica spiele oder einfach nur, um nicht zu sehr zu pushen. Prime Guardian Thunderling has spawned. Das war's für heute. The enemy tower is under attack. The enemy tower is under attack. Er hat schon wieder geblinkt. Er ist gerade ready gewesen, der blinkt bei ihm. Er hat schon wieder geblinkt. Er ist gerade geblinkt. OOPS Ich habe Spin-Mod an, ich kann jetzt auch hochlaufen Äh, wo ist sie? Mit 0,01 Leben davongekommen, Grux hasst dich jetzt, ja, ja Aber da waren meine Mates halt schuld dran Dass ich das geschafft habe Die haben ihn halt gut gestunt und so weiter und aus dem Game genommen Ja, 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 ja Das war's für heute. Kommt aber auch keiner zum Hilfen hier. Jetzt gerade in der Mitte war schlecht. Dass ich da aber auch wieder lebend rausgekommen bin, war schon wieder hart. Jetzt habe ich natürlich hier ein hartes Pflaster. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vom Rotieren her merke ich kaum einen Unterschied. Die spielen es immer noch genauso. Das war's für heute. Der Stil hängt da rum. Mann! Die strugglen halt immer noch hier komplett in der Mitte rum. Entweder haben die noch nicht gemerkt, dass hier was gepatcht wurde oder die spielen... Weiß ich nicht. Lehnt doch mal ein bisschen mehr. Lass mich da in der scheiß Mitte in Ruhe. Ich konnte meine Ult noch nicht einmal richtig einsetzen. Noch nicht einmal. Wie stehe ich denn? 0... 0... 022. Okay, das sind... Ich habe da keinen Kill für gekriegt bisher. Okay. Ich habe mich da. ich wusste es die sohn wieder die spielen immer noch so wie vorher guck dir das an ich bin immer noch alleine hier ja ja die enemy und die schicken schlüpfer an hat batman unterwäsche und so weiter ist alles toll das interessiert mir alles nicht die schlüpfer an abyer haha gleich kommt der grux sage ich ja steht schon da oben die in die in die 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 Ich hab... Oh, die Ult-Animation hat zu lang gedauert. Nee, hat's nicht. Wen hab ich denn getroffen? Wen hab ich denn geultet? Ja, das war's doch schon wieder. Ich bin der Meinung, ich hätte Hobitsa rausgenommen. Die Ult ist rausgegangen. Aber gegen wen? Versteh ich nicht. Die Ult-Animation hat ihn geflogen. Die Ult-Animation hat ihn geflogen. Das ist sowas von geplatzt. Vielleicht? Also ich glaube, Overprime braucht noch ein paar Tage, bis die Leute merken, dass die Spielweise eine andere sein muss. Obwohl das immer noch, also oder, oder, es reicht noch nicht aus, weil der Gegner zoned ja die ganze Zeit. Es ist die ganze Zeit nicht auf der Lane. Man sieht es ja jetzt auch wieder. Powitzer war die ganze Zeit weg, Gadget war die ganze Zeit zwischendurch weg, der Murdoch ist rumgeflitzt und anscheinend haben sie auch keine Nachteile dadurch. Oh, das hat schon ausgereicht. What's this way? Ah, ja. Es geht eigentlich nur darum, den Orb zu machen, das, das komische Dingsvieh und das war's dann wieder. So, er wird jetzt wieder gesnackt. Links. Ach, du hast keinen Sinn hier. Ja, okay. Links ist aber gut rausgepusht, ja, aber wir verpassen trotzdem mal wieder jede Chancen. Der Feng Mao war jetzt gerade wieder alleine da und hat sich wegsnacken lassen, warum auch immer. Die hängen jetzt da und denken, dass sie auch ansatzweise was gegen den Orb ausrichten könnten. Hm? Hm? Ich habe keine fucking Mana mehr. Ich habe keine Mana mehr. Oh Gott. Heilige Maria, Mutter Gottes, Alter. The enemy tower is under attack. The enemy tower has been destroyed. Neural disruptors are gone. The enemy tower has been destroyed. The enemy tower has been destroyed. Oh ja, ich habe ihn noch. Entschuldigung, aber ich habe Grax, glaube ich, noch gekillt gerade. Ich habe Grax, glaube ich, gerade noch getötet. Steht's wahrscheinlich schlecht da. Drei, vier, drei. Okay, es geht. Wieso ultet Muriel nicht zu dir? Vielleicht hat sie vorher schon zu wem anders geultet oder hat die Ult nicht mehr ready? Okay, also ich gehe jetzt mal davon aus, wo dann Carry beschützt oder so. Ich muss hier raus pushen. An ally has slain an enemy. Neural disruptors ready. Oh no. Oh. Sigh. Sigh. Joosh. Schön gefangen, die haben es gewusst. Sigh. Das Bruder ist zu spät am Start. Oder? Sigh. Sehr gut gemacht. Bomme ist im Deck auch noch dicht. nice und jetzt holt es dann auch kommen den christel du hast damit output des fach ja die rasiert quadra kill hat sie gut rasiert alter schwede macht doch fertig die sind so lange weg irgendwas kaufen pentacle fast ja nein nicht nur ob jetzt oder ich bin schon wieder tot diesmal ist aber dings down gegangen ohne sparrow schafft mir das glaube ich nicht stil schafft das nicht die holen jetzt was das ist eine runde alter die 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 Okay. Oh scheiße ich habe zu spät gemerkt dass der tesla dom da ist junge ich spiel mir auch was zurecht war leute ich versuche mein bestes zu geben dass das zweite mal belika oder dritte mal das medikal dem game spiel also in overprime zumindest position also steel regt jetzt weg einfach nur noch deffen mitte einfach nur kurz dürfen das kind von links ist lächerlich okay jetzt respond der scheiß in heb ich bin belika nicht so stark leider ist sie auch nicht aber ich musste in der mitte jetzt irgendwas nehmen ich wollte nicht mit laner aber ich war letzter musste das nehmen was übrig blieb ich kann ich kann nichts machen und er hängt alleine beim ort er hängt alleine beim dreckigen scheiß auf es ja nur ja 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 der machte alleine immer noch den also ich glaube der kampf ja anders ausgegangen wenn er einfach mitgezogen jetzt haben sie dann tatsächlich ein problem aber jetzt müssen wir eigentlich irgendwas aus dem ort machen aber am besten gesammelt bis trotzdem fünf mal live davon gekommen ja das ist richtig aber ich habe auch noch nicht so lange die mich fokussen und nicht unseren carry oder so ist das auch noch alles völlig in ordnung warum sammeln wir nicht oder sehe ich unsere leute nicht bin ich zu blöd wir müssen jetzt zusammen irgendwo hin warum 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 machen wir nicht ich verstehe es nicht der geht wieder weg der fängt mal ne geht er nicht jetzt ich Okay. Okay. Ich hab... Du siehst gar nicht, woher du grad die Kellen kriegst. Du siehst es nicht. Ich bin jetzt gerade nicht gestorben, weil Grux da war, sondern weil die Ult von Howitzer mich gekillt hat. Es war nicht mal der... War nicht mal... Oh, oh, wir sind so gut. Schöne gemacht. Schöne gemacht. Der Inhibitor-Inhibitor-Inhibitor-Inhibitor-Inhibitor-Inhibitor-Initor. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Der Inhibitor Inhibitor hat wieder-spawned. I will return shortly Time for a break The enemy inhibitor Let's respond The prime spirit has spawned Charge The prime spirit has been defeated by an ally Druck aufrecht halten Wir dürfen jetzt auch uns keinen Fehler erlauben hier Was will er denn jetzt wieder mit dem Orb? Ja? Ja? Hat sie gut gemacht. Alter. Leute von heute. Heftiger Shit trotzdem mit dem Minus noch gewonnen zu haben. Heftiger Shit. Alter Schwede. Es war auf jeden Fall nicht mein Verdienst. Kann ich sagen, wie es ist. Wir gucken mal. 4, 9, 7. Wenn man das zusammenzählt, bin ich zwar noch irgendwie im Plus, aber ich war definitiv zum Glück einfach mal Kanonenfutter, was dem, äh, der Sparrow wenigstens irgendwie entgegenkam. Bis zum nächsten Mal.